hallo ihr lieben heute teil 4 aus dem buch bye bye beauty wir waren stehen geblieben verdammt es kommt der moment in dem also frau erkennt egal ob promi oder nicht verdammt jetzt bin ich nicht mehr jung waren wir stehen geblieben also geht es jetzt mal weiter ich werde jetzt mal die uhr einstellen viertel stunde und dann wird es klingeln und wenn ich nicht gleich abrupt abbrechen aber so dann in absehbare zeit also auch wenn wir erfolgreich diese tatsache hinausgezögert bzw ungünstiges licht gemieden haben wir sehen plötzlich dass unser muskelgewebe immer schwächer wird und die schwerkraft alles nach unten zerrt die ehemals straffen gesichtszüge hängenden hamsterbäckchen weichen dass mehr etagen kind zwar noch auf sich warten lässt aber die abgesunkenen augenbrauen nicht den viel gepriesenen reiz der lebenserfahrung sehen lassen im gegenteil man ist entsetzt über dieses langsam alternde müde wirkende schlaffe gesicht die zeichen der zeit die stunden der sorgen und das nachdenkens haben hier feine und da tiefe linien ins gesicht gezeichnet diese spuren der zeit findet frau überhaupt nicht schön und kostet sie ein stück selbstbewusstsein die weit verbreitete ansicht nicht alles über die äußere hülle definieren konnte man doch in die tonne treten es war nicht schön basta jenny schob die haut des etwas erschlafften uberlides nach oben und war über den effekt begeistert diesen vorgang wiederholte sie mehrmals der weit geöffnete blick strahlt etwas positives aus sagte sie optimistisch ich könnte mir die augenlider straffen lassen sprach sie ihrem spiegelbild gewinnend zu die querfalte auf der stirn augenfälchen und die sich herausbildende naso labial falte konnten mit botox behoben werden dachte sie weiter tja botox die wunderwaffe verhindert zwar die mimik aber was soll's die falten hätten somit keine chance sich weiter zu vertiefen ihre gesichtsmuskeln könnten weiter schön entspannen und zusätzlich unterspritzte hyaluronsäurefiller würden die haut von unten her richtig aufpolstern einmal bei der sache betrachtete sie sich weiter im großen badezimmerspiegel schlimmer als in einer gnadenlos ausgeleuchteten umkleidekabine konnte es ja nicht werden zuerst nahmen sie sich den rücken vor also der war noch ganz passabel aber dahinter also wie gesagt früher da musste sie nicht nach dem sex auf dem weg zum klo die bettdecke um die hüften schwingen sie musste nicht überlegen welche stellung sie die vorteilhafteste sei damit tom ihre kleinen traurigen brüste nicht sah die wie leere capri sonnentüten an ihr herunter hingen ihr gewicht allerdings war noch in ordnung jenny gehörte zu den glücklichen die alles essen konnte egal was sie liebte schokolade pasta pizza rotwein und käse alles dickmacher werden die anhänger der weight watchers jetzt schreien viel zu viele punkte und dennoch blieb es jenny bisher erspart sich dem kollektiven schwitzen einer fitnessgruppe anzuschließen oder sich in bauchbeine po kursen herum zu quälen zu beanstanden gab es allerdings die oberschenkel an denen sich bereits eine kleine rotblaue flusslandschaft ausgebreitet hatte diese ganze veröderei der besenreiser brachte rein gar nichts das wusste jenny von ihrer besten freundin hannah die dinge hat kamen dann an anderer stelle wieder zum vorschein und wenn es nicht gut gemacht war blieben lauter kleine hässliche knubbel zurück am liebsten hätte jenny ihrem spiegelbild zugrufen wer bist du ho ab so mag ich dich nicht und dann erinnerte sie sich an einen ausspruch von betty davis die sagte älter werden ist nichts für feiglinge unter der heißen dusche kam jenny die frage in den sinn wann sie eigentlich das letzte mal gemeinsam mit tom unter der dusche stand als marie noch in den kindergarten ging sie wusste es nicht mehr im grunde genommen waren sie ein gut situiertes durchaus jung gebliebenes ehepaar jeder hatte sich in seiner rolle ein beziehungsweise abgefunden und ermüdungserscheinungen kommen in jeder guten ehe vor dachte sie immer ihr tom war als erfolgreicher medienmanager meistens alleine auf reisen unterwegs sein interessanter abwechslungsreicher job als direktor des filmfestivals hatte ihn in die welt der schönen und reichen katapultiert anfangs begleitete sie ihn noch liebend gerne auf diverse abendveranstaltungen und irgendwann fragte er nicht mal mehr ob sie interesse daran hätte mitzukommen jenny war darüber auch nicht sauer das publikum hatte sich verändert die sogenannte schickimicki szene aus b und c promis ging ihr ziemlich auf die nerven auf diesen wöchentlich stattfindenden filmpremieren tummelten sich wichtig tourische junge danielas michaelas und rockos herum und darauf hatte jenny echt keinen bock allerdings beim jährlichen filmfestival wäre sie schon wieder mal ganz gerne dabei sie musste tom morgen früh unbedingt sagen dass sie dieses mal mit ihm zusammen über den roten teppich gehen wollte das wasser prasselt auf jenny herab und sie wünschte sich insgeheim dass tom plötzlich auftauchen würde sie ihren streit vergessen könnten und sie sich einfach liebten das konnte doch nicht sein dass er sie immer nur als anlaufstelle zum auftanken brauchte und gelegentlich etwas lieblos über sie drüber rutschte ihn ständig zu umsorgen den rücken frei halten anteilnahme und verständnis für ihn zu haben das war so eine gutmenschnummer und reichte jenny eben nicht mehr aus und dass sie vorhin ihrem unmut luft gemacht hatte das musste mal raus tom sollte ruhig wissen was mit ihr los war dass sie ihn damit verärgert hatte das war nun sein problem jenny dachte zurück daran wie sie sich fühlte wenn sie sie wenn sie von rogers ausstellungen und erfolgen hörte dabei überkam sie immer naja so eine art katzenjammer wenn sie damals doch mit ihm nach new york gegangen wäre so wie es abgesprochen war hätte sie heute ein ganz anderes leben wobei jenny ja kein schlechtes leben führt im endeffekt nützte aber dieses hätte wenn und aber nichts im gegenteil eine sache verfolgte jenny bis in ihre träume das war allerdings so ein vergangenheitsding denn jenny hatte schließlich auch ein leben vor tom sie wollte schon mit 18 jahren weg aus ostberlin das waren in 80ern aber es kam anders als von jenny erhofft später im westen wurde sie fotografin und lebte zusammen mit roger in einer wohngemeinschaft auf einem berliner hinterhof bei der ersten gemeinsamen fotoausstellung in einem heruntergekommenen fabrikgebäude begegnete sie tom das thema hieß akt und landschaft alles in schwarz weiß fotografiert peter lindberg stand als großes vorbild models konnten sie sich nicht leisten also hatte roger die idee jenny nicht nur als fotografin sondern auch als seine model muse mit einzubeziehen tom arbeitete damals für eine zeitung und sollte einen artikel über die ausstellung schreiben interessiert begutachtete er ihre arbeiten und blieb vor einem foto verdammt lange stehen roger hatte jenny auf dem bauch liegend am strand fotografiert ihr po hübsch rund salz auf der haut und auf ihrem schönen mund roger meinte noch also nicht dass sich der typ in mein model verliebt jenny winkte ab und sagte damals nee lass mal gut sein ein kerl steht auf meiner wunschliste wirklich ganz unten wir gehen beide nach new york im laufe des abends unterhielt sich jenny mit dem zeitungsmenschen tom und es kam wie es kommen musste der funke sprang über es knisterte zwischen ihnen beiden und machte peng die berühmte liebe auf den ersten blick bingo seit diesem abend waren sie unzertrennlich jenny schwebte auf rosa roten liebeswolken und wollte nichts anderes als tom roger ging allein nach new york und ein jahr später kam auch schon tochter marie auf die welt tom machte karriere und jenny blieb zu hause bei ihrem kind sie fand das damals in ordnung und hätte es auch nicht anders haben wollen in ihrer freien zeit bemalte sie riesige leinwände mit üppiger farbgewalt und hatte so ihre visionen vom glück verewigt die eilende zeit ließ sie nicht mehr richtig an sich selber glauben und so stapelten sich in ihrem atelier tausende fotos und viele viele leinwände ohne dass sie jemals das licht der öffentlichkeit erblickten und ihr tom vertrat die ansicht dass hinter einem erfolgreichen mann eine geduldige hingebungsvolle frau steht die für alles andere als ihren eigenen erfolg zuständig ist nachher und dann ist da noch die sache mit dem sex also um es vorsichtig auszudrücken glich ihr sexleben eher einer langweiligen routine sofern er überhaupt noch praktiziert wurde das vorhin das war ein spontaner ausrutscher den jenny mit ihrem cellulite geschwaffel versaut hatte jedenfalls von regelmäßigkeit keine spur weder spontanität noch übermäßiges verlangen aufeinander vereinigte sie wenn erst die kleenex schachtel bereitgestellt man vorher unlustig danach durchaus überrascht dem höhepunkt entgegen steuerte wie vom winde verweht war die gegenseitige faszination die sie früher miteinander verband tom brauchte ziemlich lange bis er kam und jenny naja sie brauchte noch länger was dann wiederum meistens zu spät war und dann ist da noch marie ihre gemeinsame tochter mit ihr hatte jenny eigentlich die schönsten jahre ihres lebens verbracht mit stolzen 22 jahren hatte sie das examen als schauspielerin fast in der tasche und lebte mittlerweile ihr eigenes leben jenny hatte schweren herzens losgelassen und doch vermisste sie an jedem morgen ihr herrliches lachen ihre verrückten ideen die spontanen shoppingtouren die kinoabende das gemeinsame kochen den liebeskummer der marie fast immer an den rand des wahnsinns brachte und das ständige philosophieren über den sinn und unsinn des lebens jenny war frei und hatte zeit viel zeit es konnte doch nicht sein dass es sich hauptsächlich nur noch darum drehte jeden morgen mit hingabe die körperbehaarung ihres mannes im bad zu beseitigen oder jeden tag ihre kochkünste unter beweis zu stellen den rotwein zu lüften und am abend den herren der schöpfung zu erwarten tom fand das natürlich klasse wenn sie ihn mit einem bezaubernden lächeln empfing seine obligatorische frage was sie den ganzen tag über gemacht habe konnte er im prinzip stecken lassen meistens wartete er nicht mal ihre antwort ab in seinen augen hatte sie es doch gut und sollte froh darüber sein dass sie sich nicht jeden tag in diesem haifischbecken herumtummeln musste wie er sich ausdrückte sie hatte ihre kunst wo es sich so richtig austoben konnte aus seiner sicht hatte er ihr recht naja und das bisschen haushalt diesen undankbaren job den machte sie doch mit links das erfolgserlebnis hielt allerdings nur so lange an bis er nach hause kam und überall seine kreative unordnung verbreitete jenny erinnerte sich an seine reaktion als die tom darum bat sein bedürfnis doch bitte nicht mehr im stehen zu verrichten das fand seinerseits überhaupt keine akzeptanz er meinte dass sie doch kein sitzendes weichei geheiratet hatte ihre haut fühlte sich mittlerweile schon ganz weich und schrumpelig an es musste sich etwas ändern ab jetzt war schluss mit diesem trott tom und sie waren ein paar und sollten das auch leben seine one man show konnte er in zukunft vergessen es ist ja nicht so dass jenny ihrem man irgendetwas unterstellen wollte ihr tom war ein richtig guter typ nicht nur dass er muskeln an richtigen stellen hatte es sah auch noch verdammt sexy aus war witzig intelligenz charmant und weltgewandt so etwas gefällt auch anderen frauen das wusste jenny zu gut und das verheiratete männer ein besonderes objekt der begierde sind ist kein amen märchen er so ein kann ich seine frau ausstechen spiel jenny wurde bei dem gedanken ganz übel sie nahm sich vor ihren tom von nun an auf partys empfängen und dem ganzen glamour tamtam zu begleiten er würde sich bestimmt freuen und schob die wagen zweifel ob sie es denn mit den ganzen party boxen besenkammern und teppich ludern also mit der gesamten luder liga aufnehmen konnte geschickt beiseite ihr neuestes credo in jeder von uns steckt eine madonna ermutigte sie mental denn alles was schön ist muss nicht unbedingt echt sein schönheit ist machbar für alle auf dem jahrmarkt der eitelkeiten wenn die natur so ungerecht zu uns ist dann sorgt frau eben selbst für mehr gerechtigkeit diese denkweise fand jenny mehr als demokratisch illusionen hin oder her früher waren die leute mit 40 schon tot heute leben wir eben einen langen jugendtraum oder doch ein jünger straffer trauma leise schlich sie ins schlafzimmer zurück und legte sich neben den schlafenden tom am nächsten morgen sprang sie voller energie und tatendrang aus dem bett und das was sie sich gestern abend unter der dusche vorgenommen hatte wollte umgesetzt werden das wäre doch gelacht wenn sie das nicht hin bekäme leicht durchschaubar wie jenny eben war brachte sie ungewollt die morgendliche stimmung aus dem gleichgewicht mit etwas mehr diplomatie wäre vielleicht alles gut gegangen zum beispiel wenn sie ihre schön zurechtgelegten taktiken einfach angewendet hätte im eifer des gefechts und ihrer wiedergefundenen euphorie plautete sie nunmehr jedoch munter drauf los zwischen einem schluck kaffee und dem blick in die zeitung gerichtet fragte tom warum bist du denn so aufgekratzt liebes jenny freute sich über seine liebevolle anrede und meinte liebling ich finde wir sollten wieder mehr zeit miteinander verbringen dabei sah sie ihn erwartungsvoll an tom trank noch einen schluck kaffee und meinte wieder in seine zeitung blickend können wir machen also ein bisschen mehr enthousiasmus hatte jenny schon erwartet sie ließ sich aber nicht von seinem entmutigen und plapperte weiter tom wir sind ein paar und du bist immer allein unterwegs du tanzt wie ein solotänzer auf dem parkett der eitelkeiten herum ich will auch dabei sein ich will mittanzen hörst du tom verschluckte sich fast an seinem toast wie wie stellst du dir das vor ich habe verdammt viel arbeit sorry aber im moment sieht es echt schlecht aus sofort wurde jenny unsicher irgendwie hatte sie sich das anders vorgestellt jetzt beschlich sie vielmehr das gefühl dass er überhaupt keinen bock mehr auf sie hatte wie man das heute so sagte tom ergriff erneut das wort also jenny mal ganz ehrlich ich verstehe dich nicht was gibt es denn da nicht zu verstehen na du hast doch schon lange keine lust mehr auf diese events dieses sehen und gesehen werden hingen dir doch zum halse raus und jetzt überfällst du mich damit am frühen morgen na wann soll ich denn sonst mit dir reden er schaute genervt ist es jetzt ein vorwurf nein sagte jenny und spitze dabei ihre lippen zu einer schnute oh nein sagte tom das ist genau das gesicht was ich vermeiden wollte jenny in zwei tagen beginnt das festival und ich habe wirklich stress gut ich habe mich irgendwann mal so geäußert und habe ich mir eben anders überlegt tom sah sie fragend an was hast du dir anders überlegt naja also übermorgen ist doch diese veranstaltung na du meinst die eröffnungsfeier der filmfestspiele ja genau na deshalb bin ich ja so im stress die ganze welt schaut auf berlin und ich habe die verantwortung dass alles läuft ich weiß gab sich jenny fast schon geschlagen du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen aber jeder star hat seine eigenen ganz persönlichen wünsche und befindlichkeiten das fängt bei der persönlichen betreuung an und endet bei lilien oder doch lieber weißen rosen in der suite glaub mir jenny so ein festival sind keine ferien auf dem ponyhof ich bin ja auch ganz stolz auf dich und würde es schön finden wenn wir diesmal zusammen über den roten teppich laufen ja warum das denn naja ich will mich mit dir zeigen tom starte sie entgeistert an du willst über den roten teppich laufen ja druckste jenny ich möchte mehr mit dir zusammen sein aber liebes nein jetzt hörst du mir zu wir unternehmen kaum noch etwas gemeinsam und leben uns immer weiter auseinander also das sehe ich nicht so ich lese noch ein bisschen weiter außerdem muss ich hier mal raus aus diesem haus ich will mir frischen wind um die nase wehen lassen also den wind hast du doch jeden tag beim spazieren mit unserem hund also während tom weiter an seinem toast herumkaute sah jenny ihren ihren mann nach fassung ringend und den tränen nahe irritiert an sie fühlte sich von ihm weggestoßen an ihren entgleisten gesichtszügen bemerkte tom relativ schnell dass er wohl doch nicht die richtigen worte gewählt hatte und zu weit gegangen war jenny dachte verdammt er ist immer noch sauer die gestrige nacht war wirklich ein fiasko aber dass es so schlimm war damit hatte sie nicht gerechnet halbherzig lenkte tom dann doch ein und sagte sorry schatz das war nicht so gemeint na gut schnäfte jenny schau mal ich muss mich um die gäste die ansprache um alles mögliche kümmern glaub mir du würdest dich nur langweilen und ich habe ehrlich gesagt keine lust den ganzen abend mit einem schlechten gewissen herumzurennen weil du keine gesellschaft hast du wäre es dann enttäuscht und das wollen wir doch beide nicht nein das wäre ich nicht wärst du doch ich kenne dich also du tust ja gerade so als ob ich ohne dich total aufgeschmissen bin naja nee so war das nicht gemeint weißt du tom so ein bisschen smalltalk fände ich zur abwechslung mal ganz amüsant versuchte jenny erneut die teilnahme am morgigen abend immer noch hoffnungsvoll an ihren mann zu bringen sie spürte jedoch instinktiv denn dafür kannte sie ihn viel zu gut dass er sie einfach nicht dabei haben wollte panik löste sich in ihr aus jetzt war es soweit empfand er sie an seiner seite als nicht mehr vorzeigbar seine ansicht dass sie doch genug frischen wind hätte wenn sie mit dem hund in gummistiefeln über den acker rannte anstatt im pöms mit ihm über den roten teppich zu schweben nagten schwer an ihrem selbstwertgefühl jenny wollte gerade aufstehen warte mal schatz ich glaube nicht dass so ein festival der richtige rahmen für unsere zweisamkeit ist was hältst du davon wenn wir beide mal so richtig schön über ein längeres wochenende ausspannen und aufs land fahren petcheni setzte plötzlich die schnappatmung ein nach einer kleinen weile antwortete sie gefasst aufs land nein danke davon habe ich genug ich will wieder raus ins leben und dachte dabei nicht an wanderschuhe und einsame landgasthöfe im havelland na gut wir könnten ja nach paris fahren wie würde dir das gefallen ich muss sowieso demnächst dorthin aha und das verstehst du in der zweisamkeit naja tagsüber könntest du durch die museen stöbern und abends gehen wir dann in dein geliebtes bistro ins le grand colbert du weißt schon dieser laden wo wir früher immer deinen geburtstag gefeiert haben was hältst du davon thoms vorschläge gefielen jenny überhaupt nicht es wurde immer verrückter sie wollte doch nur mit ihm einen schönen abend verbringen das war alles und er faselte von paris also wirklich dass ich jetzt in deine geplante dienstreise geschoben werden so passt mir nicht das ist so ein besser als nichts ding und darauf habe ich wirklich keine lust ich will jetzt ein bisschen spaß und muss dafür keine reise machen tom stand auf gab ihr flüchtig einen kuss ich muss dann mal los bis dort abend dann das war ja der gipfel er beendete die diskussion mit einem ich muss jetzt los jenny überlegte ob es sinn macht ihm hinterher zu laufen bullshit dachte sie und zündete sich stattdessen eine zigarette an kaum zu glauben was ich hier gerade abgespielt hatte resümierte sie als tom sich mit ihrer revolutionären idee konfrontiert sagt machte er einfach zu er reagierte abweisend und wertete den unterhaltungswert für sie bei solch einer veranstaltung einfach ab jenny musste sich etwas einfallen lassen ihn weiterhin zu bedrängen brachte rein gar nichts im gegenteil wenn tom sich in die enge getrieben fühlte wurde er immer unzugänglicher sobald er druck verspürte dem er aus welchen gründen noch immer nicht gewachsen war glaubte er dass ihm die zügel aus der hand genommen wurden ein zustand der keinem angefiel das war jenny schon klar denn männer wollen entscheiden wo es lang geht und sich nicht überrumpelt fühlen eine kluge frau sollte deshalb geschickt die fäden im hintergrund spinnen dem mann das gefühl vermitteln dass er der beste größte und schönste sei und dann im finale hundertprozentig präsent zu sein bitte kann er haben jenny war gut drauf emanzipation hin oder her nur weibliches geschick und intuition bringen ein weiter dachte sie denn starke frauen wirken auf männer immer noch bedrohlich das geben sie in schwachen momenten auch gerne zu dass sie mit solchen damen nichts anzufangen wissen nicht dass sie nur das heimchen am herd favorisiere nein nein ein richtiges weib sollte es schon sein aber bitte nicht zu viel emanzer denn so so eine emanzer könnte den mann ziemlich alt aussehen lassen im prinzip ein verständlicher gedanke aus männlicher sicht deshalb wunderte sich jenny neuerdings schon über diesen trend junger frauen die breitbeinig in fernsehshows saßen und mit kraftausdrücken nur so um sich warfen war das die neue generation frau frech zotig ironisch und vulgär so wie sie es in ihrer jugend nie sein durfte diese frauen amüsierten durch ihre art wenn sie selbstbewusst und tausendmal frecher als männer daherredeten wenn sie in siegerpose ihre rasierten oder unrasierten axeln in die höhe rissen und intimstes ausplauderten musste jenny jedoch manchmal schlucken jenny's altersgruppe gehörte nun mal nicht zu der generation der wunder und überfrauen die sich alles nahmen selbst früher als sie noch jung hübsch schlagfertig wild sexy und laut war hatte sie ihre vorzüge nie so richtig eingesetzt jetzt war es an der zeit gewohnt es über bord zu werfen so schnell ließ sie sich nicht von ihrem mann abservieren war der neue plan tom würde augen machen wenn sie ihn einfach mit ihrer eigenen initiative überraschte das war er von ihr nicht mehr gewohnt und plötzlich spürte sie ein kribbeln im bauch ihr hormonhaushalt geriet in wallung und ein längst vergessenes gefühl so ein gefühl wie es nur frisch verliebte empfanden stieg in ihr auf oh gott war das aufregend sie hatte ein date okay kein klassisches date aber doch ein date und zwar ein date mit ihrem ehemann alles stand offen und jenny ihre eigene madonna mit oder ohne hitze so das war jetzt ein bisschen länger als eine viertelstunde aber ich wollte dieses kapitel tom und jenny jetzt zu ende bringen weil das nächste kapitel ist dann hannah das ist dann die beste freundin die ins spiel kommt ich hoffe es hat euch spaß gemacht und bis bald ciao und bis bald